Moin Moin und herzlich Willkommen zurück liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Folklore. Wir sind immer noch unterwegs im Reich der Fairies auf der Suche nach Susette's verstorbenem Vater und wir wollen zu dem Herrn der Fairies. Genau, das wollen wir auch, aber ich bin gerade so ein bisschen dabei, Volks und Fairies zu fangen und jetzt haben wir ja gerade in der letzten Folge den netten Kalzid gefangen. Mittlerer Schlafelement Zonenangriff. Streut Schlafpulver vor sich aus. Da können wir denn den einen Volk fangen, den wir da gerade gesehen haben, den wir vorher nicht fangen konnten, weil wir da den Kalzid für brauchen, weil er eingeschläfert, also ein, dass, weil er schlafen muss. So ist es richtig. Tudu, 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 tudu. Hallo? Ich kann mal genug hiermit ablocken, ne? So, damit haben wir mehr Karma freigeschaltet. Was mich immer interessieren würde bei dem. Grüne Flüssigkeit, okay. Pulsierende Baumnusse muss ich für den verwenden und für die brauche ich immer noch pulsierende Baumnusse. Ah, okay, alles klar. Ich überlege gerade, ob da eventuell was Gutes draus kommen könnte. Hm. Ne, da ist leider nichts Schönes drin gewesen. Dann kann ich ja jetzt wieder... Wie viel verbraucht er eigentlich? Das interessiert mich ja mal. Ja, ganz cool eigentlich. Der Effekt gefällt mir auch sehr gut. So. Ach ja, hier kam ja auch zwei raus. Die nehmen wir natürlich immer gerne an. So. Bei dem kann man wahrscheinlich nur schaden, wenn er schläft. Ja, okay. Nur so kann man ihm schaden. Oh, da muss ich aber aufpassen, weil die Fairies sonst sterben. Ah. Mein Armer Cut. Mein Armer Cut. Mein Armer Cut, das ist ja wahnsinnig. Kannst du so gemein sein? Ach, das ist wieder so eine. Alles klar. Sehr gut. Buck, äh, Buckaboo. Streitfell. Alles klar. Lesen wir doch mal. Buckaboo. Eltern drohen unartigen Kindern. Oft der Buckaboo würde sie holen. Aber der Buckaboo liebt Kinder und kann diesen Spruch schon nicht mehr hören. Okay, also es ist eigentlich ein Liebeswesen. Da kann ich euch gleich mal zeigen, was der so kann. Und zwar macht er das hier. Ihr könnt euch das ja schon vorstellen. Na. So, jetzt machen wir hier nochmal den Stein kaputt. Gut, und dann können wir uns jetzt auf den Rückweg machen. Wobei jetzt hier gleich wieder Gegner kommen. Das wissen wir ja. Wie seht ihr. Na, kommt schon. Hopp. Noch ein wenig grün im Staub. Es hängt. Tja, leider ein wenig daneben gestellt. Macht nichts. So, wir gehen jetzt weiter. Oha, hier sind ja einige Ferrys. Nimm das. Na. So. Hep. Karma von Henki freigesetzt. Angriffskraft erhöht. Sehr gut. Alan scheint sich ja schon ziemlich daran gewöhnt zu haben, hier gegen die Volks- bzw. Ferries zu kämpfen. Wen haben wir hier oben? Ach so, die beiden. Okay. 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 Ich höre Alan immer ganz leicht reden. Sie hat gesagt vorwärts. So, dann gehen wir mal weiter. Hallo. Bist du mit Quests vertraut? Das sind Gefallen für andere. Frag im Wirtshaus nach. Du solltest jetzt für einen Quest bereit sein. Okay, interessant. Ich speichere mal. Ich weiß, dass man jetzt rausgehen kann. Und dann auch wieder hier schnell hinkommen kann. Da wollen wir doch mal gucken, was für ein... Ne, nicht nochmal speichern. Das möchte ich nicht. Guck mal, wir können nämlich jetzt hier... ...die Portale benutzen. Und jetzt gehen wir einmal nach Doolin. Oh, jetzt ist es natürlich hell. Gucken wir mal, ob der... ...Wirtsmann... ...auch, ähm... ...im Helden was für uns hat. Was... Was rede ich denn hier auch? Ob der bei Tageslicht ein Quest für uns hat. Und nicht nur der Wirt, der bei Nacht da ist. Gucken wir mal. Quests kannst du im Wirtshaus annehmen. Drücke Select, um dir Details zu den angenommenen Quests anzusehen. Tagesquests sind alles als Nachtquests. Im Wirtshaus hörst du von neuen Quests, nachdem du eine Pause gemacht hast und etwas Zeit vergangen ist. Hallo, Herr Wirt. Ne, das hatten wir schon. Hast du ein Quest für mich? Zurzeit brauche ich keine Hilfe. Okay, dann reden wir mal mit dem Wirt in der Nacht hier. Okay, legen wir uns einmal hin. Machen wir hier einmal kurz da. So. Dann gehen wir doch mal... Wo war nochmal Ellens Haus? Äh... Äh, hier. Die Hütte. Ein Haus kann man das wirklich nicht nennen. Aber MN haben die hier was bekommen. Das ist auch ziemlich nett. Na gut, Kiez hat so eine komische Absteige bekommen. So eine Höhle. Ich bin todmüde. Ja, dann leg dich mal ein bisschen hin, Ellen. So, dann gucken wir mal, was der Wirt für uns hier zu tun hat. Lieber Herr Wirt. Gucken wir mal. Quests. Folgende Quest sind verfügbar. Und zwar der Auftritt. Der Auftritt. Hilft dem berühmten Saxophonisten Charlie dabei, ein Konzert zu geben. Belöhnung grüner Quart zweimal. Den nehmen wir natürlich an. Kennst du Charlie Rawhead? Er spielt ziemlich übel. Äh, Saxophon. Wir Halbwesen hören Charlie gern zu. Aber er weigert sich immer für uns zu spielen. Er ist ein begnadeter Musiker, aber ich glaube, er hat irgendwelche Sorgen. Würdest du ins Ferryreich gehen und mit Charlie reden? Wird man da... Stimmt, war das nicht so, dass man dafür extra ins Ferryreich transportiert wird? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Der Scarecrow. Hehe, Ellen. Du verschwendest doch keine Zeit, oder? Ich hoffe nicht. Eigentlich hatte ich gehofft, Charlie würde für mich spielen. Was? Ist das dein Ernst? Das würde mir auch gefallen. Charlie ist da vorn. Oh, da ist auch Frizzy. Ich bin Charlie hierher gefolgt. Ich würde seinen Auftritt auf keinen Fall verpassen. Er sagt, er muss noch sein Instrument vorbereiten. Große Musiker lieben ihre Instrumente. Na, da ist er doch. Oh, hallo. Bist du gekommen, um mich spielend zu hören? Glaub mir, ich will meine Fans nicht enttäuschen, aber für den besten Sound brauche ich ein Blättchen aus Ferryholz. Ein Blättchen? Genau, ohne Blättchen keine Musik. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt das besorgen müssen. Mal gucken, wo wir das herbekommen. Ups, da habe ich nicht mehr genug gewartet. Ob das gleich hier ist? Ich weiß das gar nicht. Ob das hier in irgendeiner dieser Steine steckt. Na, müssen wir wohl nicht angreifen hierher. Oh, alles verfehlt. Und da kommen auch schon mehr. Vorwärts. Ja, ist ja gut erlitten. So, dann wollen wir mal gucken. Hier ist nichts. Da kommen noch mehr Furries. Ach ja, da war ja was. Ups, da bin ich genau da reingesprungen. Ach, Mist. So. Leider noch kein Blättchen in Sicht. Der Mantel kann jetzt gegen den Ferrymantel getauscht werden. Mantel können an Portalen getauscht werden. Cool, wir haben einen neuen Mantel gefunden. Wenn wir doch gleich auch ausrüsten, wenn wir das nächste Mal. Das nächste Mal in der Nähe von einem Portal sind. So. So. Na, jetzt kommt es schon. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich dieses Blättchen überhaupt herkriege. Ich glaube, ich jetzt hier so lange spielen muss, bis ich das bekomme. Aua. Na. Oh, ich muss das mal schnell einsammeln. Bevor das verschwindet. Blättchen. Hast du ein Blättchen? Anscheinend nicht. Mal gucken, was hier die Herrschaften sagen. Hallo. Ich kann Charlies Auftritt kaum erwarten. Er ist unglaublich. Ich hätte gern ein Blättchen aus Ferryholz. Kann ich gut verstehen, aber nicht jeder verdient einen solchen Schatz. Werden wir schon finden, werden wir schon finden. Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ferryblättchen haben? Kein Problem. Kennst du jemanden, der geschickt genug dafür ist? Hier, bitte. Ein Blättchen aus Ferryholz. Das macht dir nichts aus? Kein bisschen. Der Herr der Ferry mag dich wirklich sehr. Vielen Dank. Furryblättchen erhalten. Das ist ja... Höchst seltsam. Wir haben den auch noch gar nicht getroffen. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg. Ich sollte dieses Blättchen zu Charlie bringen. Seine... Seine Konzert... Seine Konzert... Sein Konzert wird bestimmt eine tolle Show. Hallo, Charlie. Wow, ein Ferryblättchen? Wo hast du denn so eine Kostbarkeit aufgetrieben? Reicht es für deine Zwecke? Machst du Witze? Damit wird das die beste Show meines Lebens. Sag dem Wirt im Wirtshaus Charlies bereit. Hier, ist ein kleines Dankeschön für deine Müden. Questbelohnung grüner Quarz. Zweimal erhalten. Upsala, das habt ihr bestimmt gehört. Sorry. Jetzt bin ich mit dem Controller gegen den Tisch gekommen. Ich kann es kaum erwarten. Er ist der Beste der ganzen Unterwelt. Und jetzt können wir ihn endlich hören. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Konzert. Dank Ellen habe ich jetzt das Ferryblättchen. Damit kann ich unvorstellbare Töne erzeugen. Hey, na los. Wir wollen was hören. Ich kann nicht spielen so ohne Lungen. Oh. Stimmt. Jetzt, wo ich so mal darüber nachdenke. Ja, gut. Das war dann wohl nichts. Hast du noch ein Quest? Nein. Gut, in der nächsten Folge machen wir dann weiter, würde ich sagen. Und dann versuchen wir aber auch endlich mal den Herrn der Ferry aufzusuchen. Also, bis dann. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeguckt habt. Ciao.